Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen bei LR, willkommen in meinem Büro. Als Leiter der LR Produktentwicklung bin ich ständig auf der Suche nach neuen Innovationen, neuen Wirkstoffen für unsere Produkte. Seinerzeit war hochporöses Mikrosilber eine der Wirkstoffe, die wir heute in unserer Hauptpflegeserie Mikrosilber einsetzen. In unserer neuen Antifalten-Innovation Xerox bei LR habe ich gleich vier verschiedene hochwirksame Rohstoffe zum Einsatz bringen können, von denen jeder einzelne für seine unglaubliche Wirkung gegen Mimikfalten bekannt ist. Die Kombination dieser Wirkstoffe finden Sie nur bei uns und die macht Xerox zu einem einzigartigen Produkt, dessen Wirkung durchaus mit der Wirkung vom Botox verglichen werden kann. Lassen Sie mich daher kurz zeigen, wie Xerox wirkt. Was Sie hier sehen, ist ein Querschnitt durch unsere Haut. Neben den vielen komplexen Strukturen wie Blutgefäßen, Fettzellen und anderen Bestandteilen unseres Hautgewebes interessieren uns die Nervenbahnen und die Kollagenfaserstrukturen in der Oberhaut. Schauen wir uns zunächst an, wie Botox wirken würde. Durch Injektionen von Botox geht es sehr tief in das Muskelgewebe hinein und die Informationen aus den Nervenbahnen an das Muskelgewebe wird für etwa vier bis fünf Monate unterbrochen. Einer der Hauptwirkstoffe im Xerox-Produkt heißt Agireline. Die Agireline verhindert auch die Übertragung von Nervenimpulsen an die Muskeln, jedoch nicht in der Tiefe des Gewebes, sondern wie gesagt in der Oberhaut der Epidermis. Der Effekt ist, dass der Muskel vorübergehend relaxiert. Wenn der Muskel nun relaxiert ist, kann es passieren, dass diese Strukturen miteinander verkleben, was zur Folge hätte, dass Falten ausgebildet werden. An dieser Stelle setzt der zweite Rohstoff und Wirkstoff ein, den wir einsetzen, Ameliox. Denn Ameliox lagert sich zwischen die Kollagenfaserstrukturen ein und verhindert ein Verkleben. Die Antifaltenwirkung wird durch den Wirkstoff Nummer drei, die sogenannten Hyaluronic Fillings Spheres, unterstützt. Und diese Kügelchen wirken, indem sie das Gewebewasser aufnehmen, sie quellen an und unterpolstern die Oberhaut. Und von innen heraus erfolgt die Klettung der Haut. Gleichzeitig schließen wir mit einem Biopolymer in der obersten Hautschicht die Hautklettung ab und erzielen damit ein perfektes Ergebnis. Die beiden Xerox-Produkte ergänzen sich hervorragend. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir morgens und abends die Produkte anzuwenden. Tragen Sie zunächst das hochdosierte Serum auf ausgeprägte Mimikfalten an Stirn, Augen, Mund und Hals auf und klopfen es leicht in die Haut ein. Darüber streichen Sie in einer sanften Kreisbewegung die Creme über das ganze Gesicht heiß und dekolltet. Ja, liebe Lehrberaterinnen, liebe Lehrberater, liebe Führungskräfte, Sie haben unser neues Produkt nun ausführlich vorgestellt bekommen, Xerox by LR. Die Argumente liegen ganz klar auf der Hand. Ich möchte nur noch eins zu Ihnen sagen, eins, und das merken Sie sich bitte, geben Sie Gas. Nutzen Sie die Einführungsaktionen, die wir Ihnen an die Hand geben im Januar. Platzieren Sie das Produkt und freuen sich auf die QBs. Platzieren Sie das Produkt und freuen sich auf die Karte.